Hallo Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Runde mit Watch Dogs 2 und ja, wir suchen gerade den Killer, läuft gerade nicht so gut, wir haben schon einen anderen Hinweis gefunden, aber irgendwie müssen wir uns nicht so entscheiden, dass wir dann weiterkommen. Ich sehe jetzt keine Leiter, deswegen fangen wir mal an, genau deswegen dachte ich mir, ich gehe jetzt mal hier hin zum dritten, guck mal wie es da läuft, ob es da läuft oder wenn es hier nicht läuft, dann können wir gleich weiter und hier am Strand treffen, gucken dann, was uns da erwartet. So Oh, wie kann man jetzt hier runter? Oh, man kommt hier mit unserem Kopf, da, aber so eine kleine, ob das irgendwie ein zweiter bringt, wir haben die gefunden, wir wissen auch, wo die anderen zwei sind. Irgendwie. Echt? Haben wir da sowas gesehen? Hm. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt... Wie komme ich denn jetzt hier rein? Ach, hier drüber. Ansonsten geht es hier auch nicht lang. Oder hier? Nein. Gut. Hier geht es lang. Schön, dass wir das gefunden haben. Was mache ich jetzt hier? Also irgendwie, da liegt noch ein Zettel drauf und ich weiß aber nicht, dass ich gleich auch fotografieren. Nein, halt, stopp. Wir holen mal unser Handy raus. Und, nein, kein Selfie. Nein, auch nicht von der dritten Leiche, sondern einfach mal Zoom halten. Okay, man kann noch Kissen machen. Schön. Nein, 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 nein. Oh, das gibt überhaupt nichts. Also das gibt... Oh, ich kenne? Hier spricht der Zodiac. Mir gefällt es gar nicht, dass du meine Geschenke für dich behältst. Ich hatte wirklich viel Spaß. Ich habe eine Botschaft für dich. Ich hoffe, du kannst auch darüber lachen. Okay. Wie war das, als der Zodiac aktiver? Ich war zehn, als ich zum ersten Mal vom Zodiac Killer gehört habe. Selbst draußen in Upstate New York dachten wir, er sei der Teufel in Menschengestalt. Macht unser Typ hier denn dir so große Angst? Das ist nicht Zodiac. Okay, wir... Dann fahren wir wieder zurück zum ersten Fundort und von da lang auch ein paar Pote rum. Wird ein kleines bisschen dauern, denn das ist hier. Und hoffentlich finden wir da auch mal ein Boot in mir und können auch zum zweiten drücken, keine Ahnung, was sie bedienen sind. Je nachdem, wo ihr anfangt, das ist das erste, das zweite oder dritte. Halt zu denen am Wasserfahrt fahren. Gut, wir haben 5000 nochmals Meter und... Wir haben ein bisschen Zeit. Aber das Ding haben wir nicht gefunden. Oh, es hängt... Es geht wieder schön. Ach nein, da waren wir schon ewig, da sind wir schon sehr oft vorbeigefahren. Wir haben nie die Rand bekommen. Auch jetzt nicht. Aber wir haben ja keine Zeit, wir müssen noch da hinten gucken. Dass wir endlich schnappen und zweit mal den anderen Zeug hüpfen können. Das war nur ein Punkt, aber die machen wir auch ein anderes Mal, komm. Ich möchte jetzt eigentlich die Mission abschließen und da nichts. Oh, das ist Musik. Okay, Konflikt brauchen wir nicht. Und die beiden noch. Die beiden Gruppen können das unter einander klären. What? Da müssen wir uns nicht zuführen. Hättet mir denn gleich drauf kommen können, einfach mal ein Fotos machen. Mein Gott. Immer dasselbe. Jetzt haben wir so eine ewig lange Fahrt vor uns. Und dann haben wir ein bisschen. Hättet mir alles schon gehabt haben können. Na ja, machen wir das alles jetzt in diesem Video. Klar. Ah, voll nach rechts. Wie? Ja. Braucht keine, aber... Ein bisschen... Nein. So. Ein bisschen Chaos gestiftet. Nicht die feine englische Art, ich weiß. Aber... Das ist dazu, wenn ich noch nicht. Das Fahren. Ist sehr weit. So. Müssen wir gleich da sein. Müssen wir gleich um den Runde gehen. Dann gucken wir doch mal dahin. Ach nein. Oh, ich hab's gut. Okay, komm. Wir machen mal sowas hier. ... ... ... Nein. Was? Oh nein! Greta hat uns umgebracht. Okay. Na gut, sind wir gestorben. Okay, können wir uns weiter den anderen Zeug widmen. Schade. Hm. Ohne Worte. Wir lassen es einfach unkommentiert und blenden es aus und machen weiter. Okay, wo sind wir? Sind wir da? Bin mir nicht ganz sicher. Ja, es gab es über Follower. Sind wir da, wo ich wollte? Was ist die Mission? Hallo? Ach hier hinten. Ach da hinten. Da hinten ist es. Gut, Auto Auto Auto. Kann auch so ein bisschen laufen, aber Auto macht es ein bisschen. Aber ich sehe gerade keins, deswegen laufen wir und hoffentlich finden wir eins. Können wir noch da ein bisschen Geld mitnehmen. Ah 43, okay. Hat sich jetzt nicht so gelohnt, aber... Ach so, es war der falsche. Ach so, es war der falsche. So, den. Hat uns gerade beim falschen bedient. Okay. Weiter vorne sind Autos. Da noch mal ein bisschen Geld. Und hier stehen Autos. Ja. Nee, das schwarze Jahr. Ja. Da steht ein Wegen. Ja. Ja, das ist die Tiefelrei. Ich hab meine jetzt deaktiviert. Wirklich alle, die ganze Klingelei von den Nachrichten und Benachrichtigungen. Ich glaubte schon fast, ich hätte einen Flipper in der Tasche. Ruf damit es euch auch so geht. Der fünfte Anruf hält ein brandneues Nutel Smartphone mit Ep-City-Oper-App. damit ihr den ganzen Tag euren Sieblings selbst lauschen könnt. Oh, das ist schön, da freue ich mich bestimmt alle. Wir haben doch schon mal Autos gekauft, hier bei dem Autohändler und näher. Es müssen noch andere gehen. Die Cola? Immer noch. Die müssen wir mal holen. Na, mach erst mal kurz die Mission hier, dass wir die nicht mehr. Endlich mal beenden. Oh, Vorsicht, Vorsicht, nein. Ach, sieh, unser. Von daher egal. Hier gibt's nen Song und da bin ich immer zu langsam. Ach, schön. Hat geklappt. Ist das echt ne Frau? Ja, ist es. Na? So, wie viel haben wir? Oh, fast 200.000. Weiß gar nicht, was es davon alles gibt. Und das war, glaube ich, da drinnen. Genau. So. Wir öffnen wieder unsere Handy-App und Selfie. Weiß gar nicht, ob das so funktioniert. Ne, halt. Mal gucken, man kann immer... Äh, wo war's denn? Ne, so funktioniert es nicht. Schade. Oder? Ne, nicht. Auch ein bisschen. Naja, geschmacklos. Okay, Rückkamera. Und wir wollen das hier fotografieren. Können wir uns rumdrehen? Oder so machen? Jetzt passiert wieder nichts. Gerade gefreut ist es funzt und jetzt das. Warum hat das vorne gerade so... Gibt's denn Fokus? Ah, wir können ran suchen. War das jetzt erfolgreich oder nicht? Ich bin mir nicht sicher. Kleinen Moment, wir müssen mal kurz wieder den Punkt entfernen. Und kurz schauen, das ist... Ne, das ist immer noch nicht. Vor allen Dingen da oben steht, wo wir kurz jetzt sehen. Warum hab ich das vorne nicht geguckt? So, jetzt mal ein Foto machen. Ein bisschen ranzoomen. Am Autofokus. Und... Warum klappt das nicht? Hier hinten was? Nein, da liegt auch nichts. Hier draußen liegt auch nichts rum. Mal oben drauf gucken, ob da so ein Ding wieder liegt. Aber nein... Da oben... Irgendwo lag hier eins. Ich weiß ja nicht, ob das mit dem zu tun hat. Da ist ne... Dings... Warum geht das jetzt nicht? Guck mal kurz, komm. Richtig, wir brauchen noch eins. Wenn wir dann ran suchen? Mal gucken, aus der anderen Richtung, wo es da geht. Gucken können wir uns nicht. Na, das war's nicht so gut. Na. Na. Nochmal von hier mit dem Kreuz da gucken, ob das dann klappt. Was? Ich hab einen Haufen Fotos und irgendwie bringt es mich nichts weiter. Also echt sehr viele von denen. Ja. Hm. Komisch, komisch, komisch. So. Jetzt ist das wieder da. Erreichen. Okay. Was soll ich denn hier fotografieren? Ich weiß nicht. Es leuchtet doch nur das hier. Komisch, lieber. Äh, orange. Ist mir jetzt mal orange. Nein, halt. Falsch. Und das war von hier. Mal gucken, ob es da funktioniert. Jetzt passiert das. Oh. 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 Noch ein Kryptogramm für dich. Mann. Ist auch immer länger sie zu lösen. Selbst mit dem Datenaußenposten. Oh. Mehr Koordinaten. Okay. Da drüben steht ein Auto und wir müssen mal Richtung Wasser lang fahren. Denn da steht irgendwo. Da müssen wir irgendwo ein Boot finden, weil sonst kommen wir nicht ans Letzte hoch. Das suchen wir noch schnell, aber wir gönnen uns vorher mal so ein Auto, was hier rumsteht. Wir nehmen das Cloud da hinten. Die brauchen wir nicht mehr. Da waren wir schon mal. Und haben das alles gekrallt. Was es da zu finden gab. So. Schiffen. Lkw bringt uns auch nicht wirklich weiter. Hauen wir mal ein Schiff. Da finden wir keins. Hier ist drin. Nein. Na gut. Fahr wieder vor und fangen. Ja ja schon. Kommt. Kommt. auf die noch gibt. Haben wir ihren Boss erledigt. So. Hier liegt mein Hafen. Und. Wo das wir fahren können. Sehe ich grad nicht. nicht. Ich dachte hier irgendwo lag eins. Okay ist das was ich meine aber. Ich gebe mich mit ihnen zufrieden. hoffentlich reicht jetzt auch das wir hochkommen. Auf die komische Plattform. Fahren. Fahr. Okay. Gut. Okay. Und dann. Geht schon mal schnell. Zeig mal schneller als fahren. Auf den Straßen wird es sein. Da ist die Polizei. Hm. Schön. Oh. Wie soll er sich drinnen sitzen. Hm. Mach'n Fehler aus. Ich denk mal. Die soll trotzdem passen die Richtung. Ach. Ein Taxi. Ein Taxi. Blut. Hm. Das ist da wo. Da wo noch. Das sieht nicht ganz schön aus. Skyline. Rücken am Horizont. Das war die Rufer. Ja. Sind nur bald da. Mal gucken was noch so viele Apps gibt. Eigentlich nichts weiter oder? Haben wir eigentlich alle. Ubisoft. Klopp. Hm. Ansonsten. Ah. Jetzt habe ich mich verdrückt. Oder geht da hin? Oh. Da sind wir denn hier. Stimmt. Da waren wir grad eben. Das ist. Das hier. Oder? Bin mir grad nicht sicher. Genau. Wieso hab ich das da sein? Das sieht ziemlich blau aus. Erreichen wir erst mal das da hinten. Da können wir noch das andere suchen. Oh Mann. Krass wird Bosen machen. Komm bitte. Jetzt. Oh. Wie komm ich da jetzt hin? Hallo? Hm. Das Spiel hasst mich grad. Aber sowas von. Äh nein. Stimmt. Wir wollten ja da hin. So. Liegt die jetzt woanders die Leichen? Die lag doch mal vorher da drauf. Da hol ich eigentlich hin. Wie komm ich jetzt hier hoch? Ah. Mit dem Boot glaub ich auch nicht. Ah doch. Sehr schön. Da ist das Polizeiboot. Und wie kommen wir denn da hin? Ah. Das war doch mal hier drinnen. Ich glaube wir versuchen es mal mit unserem Demjahr. Okay. Tada. Schön. Geschafft. Okay. Jetzt raus. Das Boot lassen wir mal hier und hoffen, dass es wirklich da ist. Weil ansonsten. So. So. Seht ihr was? Mal kurz ein bisschen langsamer machen. Also hier irgendwo sollte was sein. Da setzen wir mal das... Ich denke das lag auf den Dings drauf. Mal kurz hier hinten hingucken. Also Strecken auf den Bild ab. Und... Hm. Das ist nicht meine Mission. Erstmal was finden. Also irgendwo hinten sollte das sein. Aber bis jetzt sehe ich nichts. da drüben hin außerhalb der reichweite hierhin und ich hätte eigentlich zwar da oben drauf aber ich bin mir nicht sicher richtig es war da oben drauf ich lag richtig gut das schiff steht da gleich richtig da und da können wir dann gleich reinspringen ok wir hatten schon gehabt nun mal sei mich wirklich richtig umgeguckt und dachte es ist da drüben also das erste mal hier war es wirklich hier der strich beziehungsweise die markierung ok gut jetzt brauche ich eine stunde um das foto zu machen ich hoffe er hat ein bisschen zeit mitgebracht so müssen wir beides drauf kriegen nein so nicht doch so echt jetzt verdammt bitteschön rei fack na los mädchen reiß dich zusammen mein rechner verabschiedet sich fack mein pc ist schrott such dir einen anderen hat keinen sinn die verbindung zum datenaußenposten ist weg euch das hier sonderlich geholfen hätte aber leute ratet mal wer auf inweit ist nein hier spricht er so die Ecke mein seelenverwandter wollte mich nicht mit euch teilen er verdient ein loch im schädel ich habe über ein dutzend leute umgebracht mein nächstes ziel ist geplant die todesmaschine ist bereits fertig können wir ihn über sein inweit konto finden wir müssen das signal verstärken hat einen arsch voll proxys benutzt er könnte überall sein schön so ich mache es mir das foto und ich weiß gar nicht ob das wo jetzt irgendwo ist deswegen falle ich da rüber und mache mal so und also eine kamera und noch unsere pose kommt es reicht nein reicht nicht gut statt mal die falsche App halt so ach ich brauche das komische Schild gut, ich suche mal das komische Schild nee, das müsste eigentlich ein bisschen weiter weg sein also ok, gibt es mehrere Schilder fahren wir auch anders hin, weil 180 Meter sollten nicht so weit von uns entfernt sein mal kurz gucken, kurz gucken wir entfernen uns mal weiter hier geht es nicht rein was? Och nein ok, wir kommen der ganzen Sache schon näher ok und 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 gleich da gleich da gleich da na wow faszinierend so so hm das Gebäude komm, ich versuch' es mal ach so, ich will eigentlich wieder das Positiv muss ich sehen nein, das war es nicht ist irgendwo mal so ein Schild nein ach, das hier echt nicht das ist das ist seltsam du hast es drauf du hast es drauf du hast es drauf meint ihr uns? du hast es drauf du hast es drauf sie nennt mich ein Dinosaurier ich bin kein scheiß Dinosaurier nein, das auch nicht da gehen wir runter und versuchen es mal von hier unten zu machen so mit denen da im Hintergrund irgendwie zumindest nein, das war falsch und zwar wir brauchen das und die App und oh, das dauert auch jetzt auf Ewigkeiten so also langsam wird es peinlich das muss doch hier irgendwo in der Nähe sein ich würd's doch gerne das Dings machen das Foto aber es klappt irgendwie nicht 8000 wir brauchen uns schütten die zwei Türme im Hintergrund ach uns schütten die zwei Türme im Hintergrund da ist ein Turm und das entferne ich ja wieder von der ganzen Geschichte hier warum kann ich das nicht machen? ok, geht das zu mir hmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhm Data minus 15 So, ist da vorne ein Schild, wir versuchen es mal mit dem da, aber eigentlich glaube ich, dass das viel zu weit weg ist. Ansonsten, wir haben noch ein bisschen was zu tun, suchen halt da die Signalverstärkungspunkte. Oh, wir können das Handy anfangen. Nein. So, wir haben ein Schild und genau, schön, jetzt haben wir es gefunden. Endlich. Dig ist endlich. Also, geht es bitte? Ja. Können wir in Wasser keine Fotos machen? Okay, jetzt nochmal. Hm, so, guck mal da. Ah, ah, okay, steht da im Zwischenbund um da. Okay. Gut, an der Stelle noch mal Schluss. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und hoffe, es hat euch gefallen. Wird mich auch sehr erfreuen, euch auch das nächste Mal wieder begrüßen zu dürfen. In diesem Sinne, dicken Dank fürs Einschalten. Euer Kutschi. Die Frage ist aus. Ich bin, wie zu euch. Ich bin, wie zu euch und ich bin.